Hallihallo! So, wir machen mal wieder en deux cents, 5 cents und wieder zocken ein bisschen gegen Taucherle. Taucherle ist ein Bruderspieler. 5 cents ist eine Zockvariante mit Contra. Ich fürchte hier Shepherds gleich und wahrscheinlich gibt es auch Reh. Wenn es kein Reh, dann wird es wahrscheinlich gewonnen sein für uns. Der wird doch kurz, oder? Ich glaube, wir können... Kreuzast zu dritt und... Ich denke... Hm... So, halt noch 2... 4 Trom... Wann wir es drum wollen? Ist das überhaupt richtig, dass es so kurz wird? Hm... Hm... Ähm... Ich werde es lösch gehabt. Ah... Machen wir nicht. Den nehmen wir. Hat er gehoben, weil er nicht stoßen will. Oh... Oh... Ist das gegen 5, oder was? Kann aber hat 2 sein, ne? In Kombi... Oh, ist das eine Tonne? Okay... Das ist der Umfeld... Hm... Hm... Oh... Ist das lieber... Gut, dass es da gereizt hat übrigens. Ansonsten geben wir Reh, wenn wir es bei 22, wenn wir es bei 18 gekriegt haben. Dann muss er Kontra geben oder wegschmeißen. Dann werden wir auf jeden Fall Reh geben. Und auf jeden Fall Pick 10. Das wird am Ende aber nicht reichen, glaube ich, ne? Ja, ja, wir werden schon noch verweigern den Trumpf. Hm-hm... Trotzin krank... Krankes Spiel... Krankes Spiel... Müssen rausnehmen... 21, 32, 35... 21, 32, 35... Hm... Königtheorie... Da haben wir wollen... Hmm... Nähmen wir auf. 2. 2. 3. 4. zwei Bauern kann man auch immer, aber es steht zu oft, dass er zwei alle hat, wenn man gegen Begegenreizung und ich glaube, ich bin ein Kreuz verdeckt, weil sie keinen Trumpf hat, gibt es auch vielleicht Kontra, für uns Schneider, ne? Ja. Machen es nicht, ist zu teuer. Oh. Ich schlitz mal jetzt. Er hat auch mindestens 14 gedrückt. Handspiele zählen doppelt, deswegen lukrativ Karohan zu spielen. Ja, es geht mal. Doppelt schon ausgespielt. Was ist noch etwas? Was ist noch etwas? Ich denke, das ist so richtig, mal gucken mal, Karo Hand, leider. Doch, 8, naja, das war nicht gut gelegen. Doch, keine 58. Ganz kontrarier geben, aufpassen. Keine Rege geben. Ich muss fast schon durch den Schützen schützen. Hm, keine Augen hier unten. So, den laden wir auf jeden Fall durch. Ähm. Ja. Oh, eine Bombe, wie ich gefunden. Das ist halt, wir haben nie einen Stoß in der Hand, ne. Schenken, spielen, gewonnen, kann ich ablehnen. Ja. 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 Ich glaube, 0 wäre, ist einfach mal, um ihn zu treiben ein bisschen. Kriegen das Spiel sowieso nicht und wir fixieren ihn auf krank. Und wenn wir es kriegen, nur der Wert kriegst du auch keinen Stoß oder im Regelfall keinen Stoß. Ja. Ich bin noch jetzt, sogar auch, wir müssen aufpassen. Ach viel, ne. Ich bin den spielen. Ach, ein bisschen Luschi sogar, bin sauber gewesen, oder? Ach, ein bisschen Luschi. Ach, ein bisschen Luschi. Ach, ein bisschen Luschi. Weisst, trotzdem war's Groafflie 11 besser. Hmm. schön noch zum Abschluss. yo. Ja, das w characters. eine Runde, eine Runde, eine Runde, eine Runde.